Verbleibende Kapazität 89 Prozent. Verbleibende Kapazität 79 Prozent. Spitze Geschwindigkeit 141 kmh. Verbleibende Kapazität 69 Prozent. Spitze Geschwindigkeit 143 kmh. Verbleibende Kapazität 59 Prozent. Verbleibende Kapazität 49 Prozent. Verbleibende Kapazität 59 Prozent. Spitze Geschwindigkeit 134 kmh. Verbleibende Kapazität 49 Prozent. Verbleibende Kapazität 29 Prozent. Verbleibende Kapazität 29 Prozent. Verbleibende Kapazität 50 Prozent. Verbleibende Kapazität 59 Prozent. Verbleibende Kapazität 20 Prozent. Verbleibende Kapazität 20 Prozent.